Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Umweltplakette richtig entfernen kann, wenn diese Feinstaubplakette einfach schon seit einigen Jahren richtig fest an der Windschutzscheibe klebt. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe jetzt erst einmal etwas Küchenpapier hier unter die entsprechende Stelle gelegt und jetzt muss ich meine Umweltplakette entweder mit einem Glasreiniger oder am besten sogar mit so einem speziellen Industriereiniger komplett einsprühen. Mit diesem geht es nämlich noch einmal effizienter und das mache ich hier jetzt einfach einmal schön. Als nächstes nehme ich mal einen einfachen Ceran-Feldschaber aus der Küche hier und den muss ich jetzt an dem flachen Winkel bei meiner Umweltplakette hier einmal ansetzen. Auf keinen Fall zu steil ansetzen, da sonst die Gefahr besteht, dass ich Kratzer in die Scheibe mache. Bei mir bröselt das Ganze wie erwartet einfach nur noch ab und die Kleberückstände bleiben leider dort, weswegen ich jetzt immer mal wieder hier schön mit meinem Industriereiniger nachsprühe und dann wieder mit meinem Ceran-Feldschaber hier bei diesen Kleberückständen schön ansetze. Den Teil mit der Folie kann ich jetzt auch schon mit meiner Hand abziehen und die restlichen Kleberückstände muss ich jetzt natürlich immer noch schauen, dass ich diese hier mit meinem Ceran-Feldschaber immer schön runter bekomme. Ich habe die Stelle jetzt gute 5 Minuten lang immer wieder eingesprüht, weggeschafft, eingesprüht, weggeschafft und jetzt ist es endlich soweit. Die ganzen Kleberückstände sind schön weg. Das Ergebnis schaut wirklich super aus und nun nehme ich noch ein einfaches Mikrofasertuch zur Hand, mache die Stelle mal von innen noch zum Schluss schön sauber und somit haben wir unsere alte Umweltplakette jetzt auch schon richtig entfernt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so einen Industriereiniger oder auch einen Ceran-Feldschaber zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenherstellen zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eines von diesen Produkten hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.